Ebene 11, 4 Sterne Teams. Let's go. Das Witzige ist ja, du hast Child gehatet, das war auch dein letztes Banner, wo du gezogen hattest. Echt? Damn. Kein Wunder, dass du aufgehört hast zu spielen. Wenn ich Child gepullt hätte, hätte ich auch aufgehört zu spielen. Kappa. Beide. A touch of frost. Spirit Blame. Attack. Power that ended. Heishan. Hiya. On, reveal my. Ach, Calm. Ne. Was ist das, wenn sie das machen? Ja, das ist doch der einzige Grund, warum die existieren. Ja, das ist doch der einzige Grund. Ja, das ist doch der einzige Grund. Okay. Zum Glück muss man nicht diesen dämlichen Ding verteidigen. Mono-Lügen. Hate that shit. Okay. 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 Whoa! Okay. Das war's. Du magst das Moveset von Beidou? Ich auch, aber ich spiele sie einfach nie. Ich habe einfach nie das richtige Timing, um zu blocken. Ich verkack's einfach so oft. Und wenn man das verkackt, macht sie halt kein Damage. Es gibt ja auch manche Gegner, die greifen dich ums Verrecken einfach nicht an. Das regt mich dann auch immer so auf. Jetzt zum Beispiel. Die greift mich einfach nicht an. Jetzt einfach 15 Sekunden oder so. Einfach nur zugeschaut, wie ich sie angegriffen habe. Und dann kannst du halt bei dir nichts machen. Also wenn sie dein DPS in dem Team ist, dann kannst du einfach nichts machen. Das regt mich so auf, deswegen spielst du hier nicht mehr. Was so oft passiert. Leider. Aber sie war actually einer der ersten Charakter, die ich richtig gut equippt habe. Da weiß ich noch, da hatte ich keine Nachtgarde, um sie abzugraden. Und da habe ich die ganze Zeit Nachtgarde gefarmt. Alles, was es gibt. Auf der Map. Und dann habe ich mich richtig gefreut, dass ich sie endlich auf der B90 hatte und so. Good old Genshin Times. Weiß ich es sogar noch, da habe ich, da haben wir an dem Tag Pizza gegessen. Das war mein erstes irgendwie Erfolgserlebnis in Genshin Impact. Das hat sich ins Gedächtnis eingebrannt. So traurig das auch ist. Ein einschlagendes Erlebnis, I guess. Ja, I guess so too. Das hasse ich auch, wenn Gegner so hoch springen und du deswegen deine Fähigkeit nicht triffst. Oh. Oh! Come on, stirb! Nice. Ganz schön tanky. Naja, ich habe keine Spezialfähigkeiten mehr eingesetzt, damit ich sie für Raum 3 habe. Das ist Trick 17. Immer alle Spezialfähigkeiten aufladen, damit Raum 3, der schwerste, easy fällt. Das ist zum Beispiel gerade wieder verkackt. No! Ey, ich wollte doch auf fucking Diona wechseln. Warum war ich noch auf Edo? Nice. Okay, ich habe viermal Beydos E verkackt. Das heißt, wir könnten ungefähr jetzt schon längst fertig sein. Jetzt habe ich sie nicht verkackt, aber ich habe trotzdem kein Damage gemacht. Nein. Ist eine solide Zeit. 8,47. Sollte wohl reichen. Also, ich werde das Projekt machen. Kinde, meine Geräte. Oh! Oh! Oh, ja! Oh! 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 Oh, oh! Oh! Das sind auch einfach nur so laufende Tanks. Aber jetzt ist einer dead. Das ist die leichteste Ebene 11 seit Ewigkeiten gefühlt. Man braucht eigentlich einfach nur Charakter, die Schaden machen. Keine bestimmten Charakter, kein Boss ist dabei, eigentlich nothing really special. Das ist die Möglichkeit, die Schaden machen.